Manifestieren im Schlaf. Wie du die 7-8 Stunden Schlaf nutzen kannst, um siebenmal schneller zu manifestieren. Vielleicht hast du schon mal gehört von den Menschen, die luzides Träumen beherrschen, die in ihren Träumen ein Instrument trainieren können, Kampfsport trainieren können und neue Dinge lernen können. D.h. diese Menschen schlafen die ganze Nacht und wachen auf und haben ein Instrument gelernt oder verschiedene Fähigkeiten trainiert. Jetzt stell dir vor, du könntest jeden Tag schlafen gehen, deine 7-8 Stunden, vielleicht auch mal 5 Stunden und während du schläfst manifestierst du dir deine größten Träume. Wie genial wäre das denn? Denn ich denke, wenn du so bist wie ich, dann schläfst du jeden Tag und dann kannst du es nutzen für Manifestationen. Und genau darum geht es heute hier in diesem Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Raphael Bettencourt und hier entschlüsseln wir die Geheimnisse des Universums, die Gesetze des Universums, sodass du lernen kannst, wie du dein Traumleben und Traumbusiness manifestierst. Warum können wir überhaupt im Lebensschlaf manifestieren? Dazu müssen wir eine Sache verstehen. Manifestation funktioniert auf der Ebene deiner Energie. Das weißt du wahrscheinlich inzwischen, wenn du schon einige Videos von mir gesehen hast. Es geht immer wieder um die eine Sache. Du musst deine Energie auf das Level bringen von deiner Manifestation, damit deine Manifestation in dein Leben kommt. Das Universum reagiert einfach jeden Tag auf deine Energie. Nichts anderes. Das Universum reagiert jeden Tag auf deine Energie. Das heißt, der größte Hebel, den du hast, die größte Möglichkeit, die du hast, um dein Traumleben zu manifestieren, ist deine Energie zu verändern auf das Level dieser Manifestation. Wie beeinflusst, wie wird diese Energie jetzt beeinflusst? Vor allem durch dein Unterbewusstsein. Dadurch, wie du die Welt siehst und was du in deinem Unterbewusstsein abgespeichert hast, was du irgendwann mal gelernt hast von irgendwem da draußen, wie die Welt funktioniert und wie du die Welt sehen solltest. Wenn du zwei Menschen nimmst und beide Menschen schauen auf die gleiche Sache, zum Beispiel einen Baum, dann sieht der eine einen Baum und der andere sieht den gleichen Baum, aber beide haben ein anderes Gefühl, einen anderen Filter und damit eine andere Energie, die dadurch entsteht in ihnen. Und dieser Filter, den das Unterbewusstsein kreiert, den wollen wir beeinflussen. Den Filter, mit dem wir die Welt sehen. Denn du möchtest Filter aktivieren, die deine Energie nach oben schrauben, sodass sie deine Manifestationen näher bringen, näher in dein Leben ziehen, mehr zu dir bringen. Du kannst zum Beispiel, wenn wir sagen, dein Ziel ist, das viel Geld zu manifestieren, dann kannst du den Filter haben aus Kindheitstagen, der sagt, Geld ist böse. Der wurde dir irgendwann eingespeichert, mit dem lebst du dann und durch diesen Filter siehst du alles. Du schaust auf dein Konto und unterbewusst läuft der Filter ab, Geld ist böse. Du siehst jemanden, der ein teures Auto fährt, Geld ist böse. Jemand anderes hat den Filter bekommen, Geld ist Liebe, Geld ist wichtig. Ich liebe Geld, ich bin es wert. Diese Person sieht genau die gleichen Dinge durch einen anderen Filter. Und was ist der große Unterschied? Das Gefühl, was dadurch entsteht. Der eine fühlt immer wieder Mangel, Mangel und Angst. Geld ist böse. Oh mein Gott, oh, ich darf nicht zu viel davon haben. Der andere fühlt Fülle, Liebe und Freude. Und diese Energie der Fülle, Liebe und Freude bringt das Universum dazu, dass es diesem Menschen mehr Geld schenkt. Und das kannst du übertragen auf Liebe, auf Freundschaften, auf deinen Beruf, auf Geld, auf was auch immer du möchtest. Jetzt ist es so, bevor du schlafen gehst, öffnet sich ein kleines Fenster, in dem du dein Unterbewusstsein umprogrammieren kannst. Denn es erst mal zu verstehen, ja, okay, mein Unterbewusstsein bestimmt über meine Filter und meine Filter bestimmen über meine Energie. Okay, einfach. Doch dann kommt immer die Frage, ja, Raphael, wie programmiere ich mein Unterbewusstsein denn um? Wie soll das funktionieren? Und da kommen wir jetzt zu dem Spannenden, auch in diesem Video. Dein Unterbewusstsein bestimmt über 95 Prozent deines Lebens. Das heißt, 95 Prozent von allem, was du tust, ist gesteuert durch unterbewusste, abgespeicherte Muster. Wenn wir diese Muster verändern können, kannst du deine Realität verändern. Das sind Muster, die du mit den Jahren gelernt hast. Was wir jetzt machen wollen, ist den Türsteher, der dein Bewusstsein ist, auflösen, damit du das Unterbewusstsein umprogrammieren kannst. Denn dein Unterbewusstsein funktioniert so, es lässt alles rein. Wenn du die Möglichkeit hast, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, zu schnipsen und nur dein Unterbewusstsein mir zuhören würde, dann würdest du alle Ideen ohne Filter aufnehmen und einfach als wahr ansehen. Damit das aber nicht passiert, weil wir sonst sehr verwirrt wären und überhaupt nicht dieses Leben leben könnten, haben wir unser Bewusstsein. Das ist unser kritischer Verstand, der alles filtert. Der sagt, das lasse ich rein, das lasse ich nicht rein. Das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Und dieser kritische Verstand ist häufig unsere größte Schwäche. Denn der sorgt dafür, dass die Glauben und die Filter, die uns weiterbringen würden, eben nicht durchkommen. Und genau da können wir arbeiten mit unserem Schlaf. Denn kurz bevor du einschläfst, ist der kritische Verstand komplett abgeschaltet. Und wenn du dieses kleine Fenster nutzt, um dich neu zu programmieren, um neue Gedanken, neue Filter, neue Paradigmen reinzubringen, die dir dienen für deine Manifestation, dann verändert sich alles. Und genau das ist das, was wir machen möchten. Wenn du schlafen gehst, gibt es verschiedene Zustände deines Gehirns, die sich in Gehirnwellen ausdrücken. Das heißt, wir haben auf der einen Seite, das ist dein Wachzustand, das ist der Beta-Zustand. Das heißt, Beta-Wellen, je schneller die Wellen sind, das kann man messen quasi mit verschiedenen Geräten, je schneller die Gehirnwellen sind, desto aktiver ist dein Verstand. Und Beta ist quasi der Zustand, wenn du morgens wach wirst, dein Gehirn geht in den Beta-Zustand. Das ist der Wachzustand, der Zustand, wo du aktiv bist, wo du Dinge tust. Jetzt gerade, wo du dieses Video schaust, bist du im Beta-Zustand. Du bist hier, du hörst mich, du nimmst die Sachen wahr, du bewegst deine Hände, du bewegst deinen Körper, dein Körper, dein Gehirn ist aktiv, dein Gehirn ist aktiviert und weiß, was als nächstes zu tun ist. Dann gibt es im nächsten Schritt den Theta-Zustand. Wenn du zum Beispiel beginnst zu meditieren, wo du lernst, deine Gedanken abzuschalten, deine Gedanken loszulassen, tief ein- und auszuatmen, dann kommst du irgendwann mit Training in diesen Zustand, wo du zwar wach bist, du bist präsent, du bist da, aber es herrscht eine Ruhe. Dein Kopf ist wie leer. Da ist nicht die ganze Zeit dieses Gerede und du musst das und das und das machen. Du bist wach, aber dein Körper ist in einem Trance-Zustand. Das ist der Theta-Zustand und das ist quasi der Moment, wo unser Körper beginnt runterzufahren, langsam runterzufahren. Und du könntest in diesem Theta-Zustand jederzeit sagen, so, ich will wieder aktiv sein, machst die Augen auf und bist wieder im Beta-Zustand. Das, dieser Theta-Zustand ist der Moment, wo du langsam beginnst einzuschlafen. Und darauf folgt der Delta-Zustand. Delta ist unser Tiefschlaf. Dann bist du nicht mehr bewusst, dann kannst du dich nicht mehr entscheiden, jetzt einfach wach zu werden, sondern du bist weg. Ja, das ist, wenn du träumst, das ist, wenn du tief in deinem Schlaf bist. Und dann gibt es noch den Gamma-Zustand. Gamma-Zustand ist quasi eine Erweiterung des Theta-Zustandes, wo du so tief in der Trance bist, dass du wie in eine andere Dimension absteigst. Das ist das, was Mönche, die lange meditieren oder Leute, die sich sehr tief mit diesen übernatürlichen Erfahrungen beschäftigen, die erleben das in ihren Meditationen, in ihren Sessions, wo sie sehr tief drin sind und sich lösen von ihrem Körper und komplett in die Energiewelt eintauchen. Das wäre quasi das höchste Ziel. Aber was wir machen wollen, ist zwischen Theta und Delta diese Phase zu nutzen. Das heißt, die Phase, wo du quasi in diesem Dämmerzustand bist, wahrscheinlich kennst du das, du schläfst ein und da ist so ein Dämmerzustand. Du bist noch nicht am Schlafen, du bist aber auch nicht mehr ganz wach, du bist irgendwie noch da, aber auch nicht mehr. Du könntest dich zwar entscheiden, wach zu sein, aber du bist so am Schweben. Das ist der Zustand zwischen Theta und Delta. Du bist kurz vom Einschlafen und in diesem Moment ist dein Unterbewusstsein offen. Dein kritischer Verstand ist ausgeschaltet. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich in diesem Zustand bin, dann kriege ich verrückte Bilder und Visionen und mein Bewusstsein macht verrückte Dinge. Warum? Weil mein kritischer Verstand abgeschaltet ist. Der kritische Filter, der immer wieder sagt, das ist realistisch, das ist unrealistisch, das geht, das geht nicht. Dieser Teil ist einfach weg, ausgeschaltet. Und das können wir jetzt für uns nutzen. Denn in dieser kleinen Phase kannst du beginnen, dir Gedanken und Bilder hervorzurufen, die dich in die richtige Energie bringen. Denn dann, was dann passiert ist, es fließt direkt in dein Unterbewusstsein und du nimmst es sozusagen mit in den Schlaf. Denn das, was du zuletzt denkst und zuletzt wahrnimmst, bevor du einschläfst, hat einen Rieseneffekt auf die gesamte Energie in deiner Nacht. Das hast du vielleicht schon mal gemerkt, wenn du kurz vorm Schlafen gehen einen Horrorfilm geguckt hast. Dann hast du plötzlich schlechte Träume. Oder wenn du etwas Schönes gesehen hast, hast du plötzlich gute Träume, die mit dieser Sache zusammenhängen. Warum? Weil kurz vorm Schlafen gehen dein Unterbewusstsein diese Sachen aufnimmt und beginnt damit zu arbeiten, sie zu verarbeiten und größer zu machen, während du in diesem Schlafmodus bist. Und das, was in deinem Bewusstsein passiert, kreiert die Energie in dir. Das heißt, selbst wenn du schläfst, hast du eine bestimmte Schwingung. Und wenn du schaffst, diese Schwingung im Schlaf hochzubringen auf das, was du willst, dann hast du acht Stunden, wo du schläfst, wo du in einer hohen Schwingung bist und damit das anziehst, was du wirklich möchtest. Verstehst du die Genialität davon? Wir schlafen sowieso. Du schläfst sowieso jeden Tag. Wie wäre es, wenn du deinen Schlaf nutzt, um dich in die Schwingung zu bringen von dem, was du dir am meisten wünschst? Und da kommen wir jetzt zu drei Schritten, wie du das machen kannst. Ah, und bevor dieses Video weitergeht, mir fällt gerade ein, ich hatte eine tolle Idee. Und zwar, wir möchten die Menschen belohnen, die sich committen dafür, dass sie mehr lernen über die Gesetze des Universums. Das heißt, wenn du jetzt abonnierst, dann kommst du automatisch in den Lostop für unser Magical Manifestation Program. Das Programm, wo ich dir in sechs Wochen ganz genau zeige, wie du zum Manifestationsmagier wirst und deine größten Träume manifestierst, im Wert von über 400 Euro. Das heißt, einmal im Monat unter unseren neuen Abonnenten verlosen wir einmal dieses Programm. Und du musst nichts tun, außer abonnieren. Also, wenn du bereit bist, dich zu committen, für diesen Weg abonniere und vielleicht hast du bald dieses wundervolle Programm. Und zwar Schritt eins ist, wenn du im Bett liegst, du bist bereit, Licht ist aus, du bist bereit zu schlafen, dann leg dich in eine Position hin, wo du nicht sofort einschläfst. Bei mir zum Beispiel, wenn ich auf der Seite liege, schlafe ich sofort ein, relativ schnell. Wenn ich auf dem Rücken liege, nicht, dann dauert es länger. Denn du willst nicht sofort einschlafen, du willst bewusst bleiben dabei. Also würde ich mich auf den Rücken legen und dann fokussierst du dich erstmal einfach nur auf deinen Atem durch die Nase ein, durch den Mund aus und versuch, diese Welle wahrzunehmen. Denn damit trainierst du dein Bewusstsein, ruhiger zu werden, dein Körper runterzufahren, aber gleichzeitig dein Gehirn, deinen Kopf aktiv zu halten, dass es noch da ist, noch wahrnimmt. Schritt eins. Ein- und ausatmen, das machst du für zwei bis drei Minuten. Schritt zwei ist es, du fokussierst dich auf Dankbarkeit. Du gehst drei bis fünf Dinge durch und siehst sie vor deinem inneren Auge, für die du dankbar bist. Dankbar für die Menschen um dich herum, deine Familie, deine Freunde, deine Wohnung, das Land, in dem du lebst, all diese Dinge, einfach das, was aufkommt und einmal ins Gefühl in deinem Herzen gehen. Dabei kannst du dich darauf fokussieren, in dein Herz ein- und auszuatmen und diese Energie zu spüren. Denn damit bringst du deine Schwingung sofort auf hohe Level. Dankbarkeit ist eines der höchsten Gefühle neben Liebe, Freude und Frieden. Und so bringst du deine Schwingung direkt in diese hohen Energien, in diese hohen Level. Und von da kannst du jetzt, während du weiter entspannt atmest, kannst du jetzt beginnen, deine Ziele zu visualisieren. Dein Ziel ist es, viel Geld zu haben. Du visualisierst, wie du schon dort bist und dieses Geld hast. Und du versuchst es in so viel Detail wie möglich zu machen. Du siehst es schon, du fühlst es schon, du nimmst es wahr. Dein Ziel ist es, den Traumpartner an deiner Seite zu haben. Du siehst schon, dass diese Person da ist. Dein Ziel ist ein bestimmter Beruf oder eine neue Wohnung. Du siehst schon, dass es da ist. Natürlich musst du vorher Klarheit haben, was willst du eigentlich? Was ist eigentlich dein Ziel, welches du manifestieren möchtest? Da gehst du rein, das fühlst du, das siehst du und fokussierst dich auf alle Details. Du kannst dir so vorstellen, als würdest du schon träumen. Du bist schon in deinem Traum und du läufst rum in deinem Traum. Du fasst dir Dinge an, du nimmst sie wahr, du siehst die Details, du riechst. Und das machst du so lange, bis du einschläfst. Du nutzt einfach die Zeit, bevor du einschläfst, dass du diesen kurzen Film schaust, diesen kurzen Film von deiner Manifestation. Und mit der Zeit irgendwann fährt dein Kopf immer weiter runter. Du gibst dir Mühe, immer weiter diese Bilder zu halten. Es fährt immer weiter runter. Und dann, plopp, schläfst du ein und du schläfst mit dieser Schwingung deines Traumes ein. Dein Gehirn nimmt das mit in den Schlaf, fängt an, es weiter zu verarbeiten, kreiert weiter Gefühle. Und es kann gut sein, dass du am nächsten Morgen wach wirst und plötzlich neue Ideen hast, Impulse hast, Gedanken hast, auf die du vorher gar nicht gekommen wärst. Plötzlich sich neue Möglichkeiten eröffnen oder diese Sache einfach geliefert wurde vom Universum selbst, weil du die ganze Nacht in dieser Schwingung warst. Und das sind die drei Schritte, die ich dir mitgeben kann. Für alle, die sagen, hey, ich möchte das leichter haben, weil gerade vorm Einschlafen, ja, es ist relativ schwer, deine Gedanken zu halten, die Visualisierung zu halten. Dafür habe ich ein Schlaftraining entwickelt. Das ist eine circa 20-Minuten-Session, wo ich dich in diesen Trance-Zustand begleite, durch meine Worte, durch die Dinge, die ich sage. Das heißt, du gehst automatisch in den Theta-Zustand und langsam, ja, das Ganze ist aufgebaut, wissenschaftlich so aufgebaut, dass du immer weiter sinkst in den Delta-Zustand, während wir dir neue Gedanken, neue Gefühle, die zu deiner Manifestation passen, einprogrammieren. Das heißt, da ist dieser gesamte Prozess abgedeckt, sogar noch ein bisschen tiefer mit Musik. Und das Ziel ist es auch wirklich, während der Session einzuschlafen. Wenn sich das gut für dich anhört, kann ich dir sehr ans Herz legen. Du findest unter diesem Video den Link zu unserem Shop und da findest du das Schlaftraining. Dort kannst du es dir kaufen, wenn du dabei begleitet werden möchtest. Das ist der Weg, wie du im Schlaf manifestieren kannst und die 8 Stunden, die 7 Stunden, die 5 Stunden, die du jeden Tag schläfst, ich empfehle dir übrigens mehr als 5 Stunden zu schlafen, nutzen kannst, um deine größten Träume zu manifestieren. So nutzt du deinen Tag auf dem allerhöchsten Level. Wie genial ist das denn? Probier es aus. Ich bin super, super gespannt, was du kreieren wirst, was du erzählen wirst. Nutzt gerne die Kommentare, um mal zu teilen, wie das für dich war, wenn du es das erste Mal ausprobiert hast. Probier es einmal aus und schreib dann mal in die Kommentare, wie es war, was du erlebt hast, wie du dich gefühlt hast und was auch daraus entstanden ist, um es mit noch mehr Menschen dort draußen zu teilen. Damit danke dir jetzt von Herzen. Schön, dass du mit dabei warst. Wenn du jetzt kein Video mehr verpassen willst, kannst du hier auf mein Gesicht klicken und abonnieren. Denk dran, die Glocke zu aktivieren, damit du wirklich kein Video mehr verpasst. Und hier ist das perfekte Video für dich, nur für dich ausgesucht. Wenn ich du wäre, ich würde draufklicken und lass gerne noch ein Like da, das wäre fantastisch. Da wäre ich sehr glücklich. Dann wäre ich wirklich sehr glücklich heute. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Dein Raphael.